Hallo, wie finde ich die Linearkombinationen für zwei Zahlen, um deren größten gemeinsamen Teiler darzustellen? Das heißt konkret, wenn ich zwei Zahlen A und B habe, irgendwas mal A plus irgendwas mal B soll ergeben den größten gemeinsamen Teiler von den beiden Zahlen. Wie finde ich das? Mit dem erweiterten euclidischen Algorithmus. Das Video hier ist ein zweiter Teil quasi zum Thema den größten gemeinsamen Teiler finden. Aus dem anderen Video, das verlinkt ist bestimmt in der Videobeschreibung. Denn was wir heute benutzen oder was wir in diesem Video benutzen, ist das hier, was ich in dem anderen Video ausgerechnet habe. Wir erinnern uns, wenn eine Zahl, erstmal der größte gemeinsame Teiler, wenn eine Zahl X eine andere Zahl teilt und auch eine zweite Zahl B teilt, dann teilt sie auch die Differenz von beiden. So haben wir den größten gemeinsamen Teiler herausgefunden. Und vielleicht hat man das schon mal gehört, der größte gemeinsame Teiler, den rechnet man irgendwie so nach unten. Und um dann die Linearkombination zu finden, also der erweiterte euclidische Algorithmus, der geht dann von unten wieder nach oben. Und genau das machen wir jetzt. Was ist der Unterschied zu anderen Lernvideos, die auch auf YouTube oder irgendwo anders sind? Das ist die Schreibweise. Andere Leute verwenden diese X teilt eine Zahl Schreibweise nicht. Und ich finde, das macht es in anderen Videos ein bisschen komplizierter, das Ganze nachzuvollziehen. Deswegen hier das Ganze mit dieser Schreibweise. Also, wir suchen eine Zahl. Erstmal, wir wissen, wir machen das am Beispiel von der 74 und der 221. Das heißt, wir wollen schreiben, irgendwas mal 74 plus irgendwas mal 221 soll ergeben, den größten gemeinsamen Teiler von diesen zwei Zahlen. Und wir wissen das schon von dem vorigen Video, das ist die 2. Wir können das also mal wegmachen hier und schreiben dafür direkt ein 2 hin. Also, wir wollen irgendwas mal 74 plus irgendwas mal 221 soll 2 ergeben. So, wie muss ich das jetzt kombinieren? Wir fangen einfach mal mit dem einfachsten an, was wir kennen. Wir sagen, und wir schreiben das mal gerade andersrum, weil das ein bisschen angenehmer zu sehen ist. 2 ist gleich, wir nehmen erstmal nicht die zwei Zahlen, sondern die zwei einzelnen Zahlen, die wir bisher kennen. Und das sind diese hier. Wir wissen, 10 minus 2 mal 4 ist gleich 2. Das wissen wir, das sehen wir hier unten, ganz klar. Jetzt ist aber sowohl 10 als auch 2 mal 4 hat nichts mit 212 oder 74 so direkt zu tun. Wir müssen also irgendwie die 10 irgendwie dahin schreiben oder irgendwie so auf die Zahlen oben mappen, sozusagen. Und das machen wir jetzt auch. Wir wissen weiterhin 2 gleich. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen uns die 4 hier und sehen ja hier, das ist die 4 in der Zeile vorher. Und jetzt können wir schreiben 10 minus 2 mal. Und wir ersetzen die 4 durch den Teil, der hier rechts steht, weil wir wissen ja, das ist gleich. 64 minus 6 mal 10. Und das berechnen wir einfach mal. Ich schreibe mal wieder 10, zwei gleiche. 10 minus 2 mal 64 plus 12 mal 10. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. 2 mal 6 mal 10. So. Wir müssen das auch jetzt so noch gar nicht ausrechnen. Wir schreiben jetzt einfach die 10 in die nächste Zeile und zählen einfach. Und dann steht hier eigentlich 13 mal 10 minus 2 mal 64. Okay, wir sind auf jeden Fall den zwei Zahlen hier oben schon ein bisschen näher. Vielleicht mal als Hilfe. Am Anfang hatten wir uns diese Formel hier genommen. Und jetzt zum Ersetzen hier der 4 hatten wir uns das hier vorgenommen. Und jetzt sehen wir, hier ist eine 10 entstanden. Das ist die 10 von hier und die können wir jetzt auch ersetzen. Und das machen wir auch einfach mal. 2 ist gleich 13 mal 74 minus 64 minus 2 mal 64. Und auch das rechnen wir in Ruhe aus. Ich hoffe, das ist soweit klar. Und jetzt fassen wir das einfach wieder zusammen, genauso wie eben. Und jetzt rutschen wir einfach hier eine Zeile hoch. 64, wir ersetzen als nächstes. Achso, übrigens, wir können schon mal sehen. 74. Wir haben hier schon einen Teil der Lösung. Wir sind also hier schon da hingekommen. Also die eine Zahl hier, die vorne, die hier ist schon klar. Das wird eine 13 sein. So, jetzt brauchen wir nur noch, wir müssen nur noch aus der 64 eine 221 machen. Und dann sind wir eigentlich durch. Und wir sehen schon, die 64 können wir auch schreiben als 221 minus 2 mal 74. Und auch das rechnen wir aus. Boah, der Platz wird echt knapp. Aber, Achtung, hier kommt Plus hin. 30 mal 74. So, und das fassen wir jetzt auch zusammen. So, und was wir direkt schon sehen, wir waren ein bisschen zu voreilig hier vorne. Das ist nämlich gar keine 13, sondern wir haben ja hier nochmal eine 74 bekommen. Das heißt, eigentlich ist es eine 43. Wir machen hier mal eine 43 hin. Und hier haben wir minus 15. Das heißt, minus 15. Okay, das sieht echt schlimm aus. So, puh, hat gerade noch reingepasst. Und jetzt sind wir tatsächlich am Ende. So, das war natürlich jetzt auch einfach nur ein Algorithmus abgemacht. Aber was ich auf jeden Fall einfacher finde, ist, dass, wenn man den euclidischen Algorithmus in der Form hier aufschreibt, sieht man hier ganz klar, dass, okay, 4 ist gleich, wenn Sie blablabla. Das heißt, man kann das einfach ein bisschen einfacher hier auf der rechten Seite einsetzen dann. Und dann kommt man auf jeden Fall, ich würde das nennen, das Bubblen, wie beim Bubblesort. Man bubbelt die Zahlen von hier so ein bisschen zu den Zahlen, die man eigentlich heute haben wollte. Also diese Zahlen bubbelt man so hoch zu diesen Zahlen hier wieder zurück. So, aber das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat geholfen, dem einen oder anderen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen. Also, ich hoffe, es hat geholfen. Ich hoffe, es hat geholfen.